Ich habe leider Riesenangst, wir haben einmal für Duell um die Welt tauchen müssen. Da habe ich das Gefährlichste hier, hat er gesagt. Das war aber ein Du-Gong. Ein Du-Gong war es. Das war gar nicht gefährlich. Wir sind da im Graspresser, wir wurden nur gesagt, das ist saugefährlich. Ich habe ihm erzählt, dass das sehr, sehr gefährlich ist. Das hat er auch geglaubt. Im Moment, da waren Leute an Bord, die wirklich so Meeresbürochen, die gesagt haben, mit dem ist nicht zu scherzen, mit einem Haps macht ihr den Arm kaputt. Das habe ich denen gesagt. Ja, natürlich, das weiß ich jetzt auch. Aber ich war halt im offenen Meer und hatte Todesangst. Und dann kommst du da raus und alle sagen, fast.